Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute nähen wir eine Pumphose und ich habe mich hier für diesen Stoff entschieden. Der ist total schön, es ist so ein Sommersweat, also nicht zu warm, nicht zu kalt, also perfekt für Pumphosen finde ich nähe Pumphosen total gerne in Sweat. Ja und dann habe ich auch das Schnittmuster zurechtgelegt und das habe ich mir hier auf so einer Folie ausgeschnitten, das ist immer ganz praktisch, empfehle ich einfach jedem. Und natürlich das Bündchen, das Bündchen habe ich hier leider falsch zurechtgeschnitten, aber genau das merke ich zum Glück noch am Ende des Videos, sodass da kein Fehler entsteht. Ja den Zuschnitt legen wir dann rechts auf rechts aufeinander und dann nähen wir hier die beiden Seiten zusammen und genau das mache ich jetzt erstmal ganz schnell mit der Nähmaschine. Ich nähe hier am liebsten mit meiner Overlook Maschine, da werde ich ja dann mal ganz ganz oft gefragt, was habe ich überhaupt für eine Nähmaschine und das hier ist wie gesagt eine Overlook. Ich finde, ja, das ist die beste Nähmaschine, die es überhaupt gibt, also ich nähe damit alles und bin da echt mega mega happy mit und könnte mir nichts anderes mehr vorstellen, ganz ehrlich. Und damit ist es auch einfach ganz einfach. Sie versäubert, sie näht, also es ist einfach alles in einem Schritt super easy. Und genau, dann nähe ich jetzt eben wie gesagt einmal die beiden Seiten zurecht. Ich mache mir da übrigens immer keine Clips ran, weil ich, ja, mag das einfach so lieber. Genau, so sieht das jetzt aus mit den zwei Overlook-Nähten und dann falten wir die Hose einmal so, schwierig zu erklären, aber ihr habt es ja gesehen. Genau, und dann sieht man auch schon, dass es eine Hose werden soll, also es ist eigentlich total einfach. Und jetzt fehlt auch nur noch eine Naht zum Vollenden sozusagen, also es ist wirklich ein ganz ganz einfaches Schnittmuster, wirklich für jeden Anfänger super geeignet. Und genau, wir nähen hier also einmal den Schritt komplett entlang und dann ist die Hose an sich auch schon fertig, wie gesagt. Es ist wirklich ein ganz ganz einfaches Schnittmuster. Ich verlinke euch das einfach mal in der Infobox, das ist auch kostenlos, also ihr könnt es einfach runterladen und ausdrucken. Total easy, wie gesagt. Und ja, auch hier habe ich mir wieder nichts mit den Clips festgemacht. Also ich habe diese Wonder Clips, aber ich, wie gesagt, zuppel mir das gerne so zurecht. Ich finde, das ist immer einfacher, anstatt da jetzt immer die, ja, Clips abzumachen. Bei schwierigen Sachen natürlich nehme ich da auch die Clips, aber jetzt bei der Hose hier ist es super einfach gewesen. Und es ist wirklich ein Schnittmuster, was wirklich jeder Anfänger auch kann. Also ich empfehle es wirklich, wenn ihr jetzt anfangt mit Nähen, ist das wirklich ein sehr, sehr guter Start. Genau, so sieht die Hose jetzt aus und ihr seht, es wird schon eine Hose. Also man kann das schon erkennen sozusagen. Und jetzt machen wir auch direkt weiter mit den Bündchen. Wie gesagt, da habe ich mich ja bei den beiden Bündchen ein bisschen verschnitten, aber das merke ich hier zum Glück noch vorher. Bei den Bündchen ist es so, die legen wir rechts auf rechts und dann nähen wir an der Seite das einmal zu. Und das mache ich jetzt mit allen drei Bündchen einmal. Und auch das kann man hier ganz einfach mit der Overlook machen. Also da ist direkt alles versäubert und vernäht. Also ich, wie gesagt, ich schwärme total von dieser Nähmaschine, aber ich liebe sie einfach. Meine ist übrigens von Aldi, also wirklich auch nichts Hochwertiges. Es ist einfach, ja, aber sie hält einfach das, was sie machen soll. Und ich bin super begeistert, was die schon alles mit mir durchgemacht hat. Einfach grandios. Ja, und dann falten wir die Bündchen einmal so. Das ist ein bisschen knifflig, das muss man einfach lernen, das muss man einfach üben. Aber, ja, ich denke, das bekommt ihr auch hin. Also, ja, falte die Bündchen auf jeden Fall so, dass es dann nachher so aussieht. Und dann haben wir auch schon das Bauchbündchen fertig. Und dann machen wir dasselbe einfach nur noch mit den Füßchen. Und dann wird das Ganze einfach an die Hose dran genäht. Und das, ja, also die Bündchen mache ich dann immer mit Wonder Clips fest, weil das ist mir dann doch ein bisschen zu frickelig. Weil, ja, da muss man echt aufpassen, dass man gleichzeitig das Bündchen dehnt, damit es eben auch genau auf der Naht liegt und damit es eben auch gleichmäßig gedehnt ist. Und deswegen mache ich das immer mit den Clips fest. Weil sonst ist das echt unmöglich mit der Nähmaschine, das irgendwie gerade hinzubekommen. Und, ähm, genau, das muss man dann eben so hinlegen. Am besten fangt ihr mit der Naht hinten an, Naht auf Naht, am Hintern. Und dann macht ihr das einfach mit den Wonder Clips fest. Und, äh, ich, ähm, ja, wie gesagt, fang immer hinten an der Naht an. Und dann straffe ich das Ganze und mache das dann auch immer mit den Clips fest. So, ähm, ja, dass ich da beim Nähen keine Probleme habe, sondern dass das dann alles wirklich gleichmäßig ist und das Bündchen eben auch gleichmäßig dann zieht sozusagen. Genau, so sieht das jetzt aus. Ich mache immer vier Clips und dann kann ich das beim Nähen schön langziehen und, äh, eben nähen. Genau. Und das habe ich jetzt auch gemacht und habe das fertig genäht. Und so sieht die Hose jetzt aus, wenn sie fertig ist. Ich finde sie wunderschön. Wunder, wunderschön. Der Schnitt ist wirklich total toll. Und ich finde für ein kostenloses Schnittmuster, da könnt ihr auch absolut nichts falsch machen. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Nachnähen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ähm, ja, wenn ihr mehr Videos wollt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich nähe im Moment ja total gerne. Als nächstes kommt noch ein Babynestchen für euch. Und dann wünsche ich euch einen ganz, ganz wundervollen Tag. Und bis zum nächsten Mal. Tschüssi! Tschüssi! Tschüssi!